Einen wunderschönen guten Tag, ein weiteres Training Castlevania mit ein bisschen Entspannung. Der Ton ist wieder weg, aber das können wir ganz leicht fixen mit einem Reset. Öffne dich, Tor, und wir haben Musik, denn Musik ist perfekt für Entspannung, vor allem wenn sie so gut ist. Ich habe gestern 70 Minuten lang Castlevania gestreamt, aber das wurde leider nicht aufgenommen, aus welchem Grund auch immer. Das einzige, was ich da getan habe, war dasselbe, was ich jetzt tue. Ich habe einfach alle Level nochmal gespielt, um ein bisschen wieder reinzukommen und bin dann natürlich an der üblichen Stelle hängen geblieben. Erstmal bei dem Frankenstein-Monster und dann vor allem natürlich bei dem sogenannten Tod-Boss. Ich habe auch die meiste Zeit mit einem digitalen Steuerkreuz gespielt, was ich dann am Ende wieder geändert habe, weil meine Finger dadurch doch sehr zu Schmerzen begannen. Jetzt wieder mit Analog-Stick eine reine Wohltat. Jedoch bin ich gespannt, wie sich das auf dem Mini-NES anfühlen wird, wenn der Steuerkreuz dann auch die richtige Position auf dem Controller hat und nicht etwas erniedrigt wurde wie auf dem Gamecube Controller, den ich aktuell nutze. Und wir kommen jetzt schon ganz gut voran. Das Item, was ich gerade habe, kann die Zeit für eine kurze Zeit anhalten. Dabei sollte man meinen, dass dabei Zeit keine Rolle spielt, wenn man die Zeit anhalten will. Aber nein, das geht nur für zwei, drei Sekunden. Und wir sind schon beim ersten Boss. Den kann man sogar anhalten. Ich glaube, das ist der einzige Boss, den man mit Zeit anhalten kann. Das ist ein bisschen armselig. Leichter konnten sie es eigentlich gar nicht machen. Ja, dennoch werde ich gleich sterben. Aber das ist kein Problem. Dann machen wir es nochmal. Was ist das denn? Ich weiß bis heute noch nicht, was manche Items bewirken. Das könnte sich eventuell als nachteilig erweisen. Ein sehr entspannendes Geräusch. Lasst es euch in den Ohren klingeln. Ins Gehirn dringen. Und alle störenden Gedanken aus dem Kopf spülen. Es ist gerade frühmorgens bei mir. Deswegen kam mir das schon sehr sinnvoll vor. Einfach selbst ein bisschen entspannt in den Tag zu gehen. Etwas geruhsam aufzunehmen. Mich nicht davon beeindrucken zu lassen, dass gestern 70 Minuten lang nicht gespeichert wurden. Denn im Endeffekt habe ich ja gar keinen Fortschritt erreicht. Und es interessiert ja immer nur Fortschritt. Fortschritt. Fortschritt und Erfolg. Was anderes zählt nicht. Und natürlich Abonnenten. Die ist nochmal eine eigene Hausnummer. Ich wollte eigentlich kurz mal Ruhe haben. Deswegen mache ich ja dieses Video. Ich meine, um mich hier mal umzugucken. Irgendwann müssen die doch aufhören. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Das sind sehr komische Gegner. Jetzt habe ich darauf nicht geachtet. Ja, im Krieg ist Entspannung besonders wichtig. Wenn der Feind auf einen Zugrand kommt, dann... ...schließt man die Augen. Dann wird der einen garantiert nicht erschießen. Ich kann nur gefangen nehmen. Foltern. Und jahrelang einsperren. Meine Lieblingsstelle hier. An der ich mal nicht unterfallen möchte. Dankeschön. Ist das nicht herrlich? Wie ich noch keinmal gestorben bin. Einfach bombastisch. Ein paar Ritter. Ganz in lila. Ich weiß nicht, was die damit ausdrücken wollen. Irgendein Statement. Wobei es ja nicht von ihnen selbst gehen dürfte, sondern von dem königlichen Einkleider. Wie bei den Menschen, die jetzt Trikots aus Müll tragen. Ozeanmüll, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Endeffekt wird das wahrscheinlich sowieso nur ein Marketing-Gag sein. Aber da muss man den guten Gedanken ja nicht zu sehr beiseite schieben. Sondern kann sich ein Beispiel daran nehmen. Und ebenfalls sich nur noch in Müll kleiden. Das ist immer sehr gefährlich da in der Mitte. Geld, 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 Geld. Ein Geist. Ich denke immer an Piwis. Ich habe alle Hey-Potter-Bücher vor kurzem wieder gelesen. Ich bin also voll... Ich wusste, wer kommt drunter. Ich bin also gerade voll drin in der Materie. Und ich glaube, das kann ich ohne Zeit einhalten. Das habe ich mir gestern ziemlich gut beigebracht. Eine Strategie gegen diese Mäuler. Einfach zweimal schießen lassen. Dreimal draufhauen. Ausweichen. Siegen. Das ist eine Stelle. Da empfiehlt es sich doch ausnahmsweise mal. Die Zeit anzuhalten. Was wir jetzt nicht mehr können. Da wir uns für das Weihwasser quasi entschieden haben. Was ich auch als das stärkste Item überhaupt in diesem Spiel bezeichnen würde. Wobei ich nicht weiß, ob es auch mein Lieblings-Item war. Es war auf jeden Fall... Ein sehr starkes Gemisch. Die sterbt, oder? Medusa-Köpfe. Wer hat die sich ausgedacht? Irgendein kranker Bastard. Und da ist auch schon der zweite Boss. Der leichteste im Spiel. Bei dem hatte nicht mal ich Probleme beim ersten Mal. Jetzt sieht das natürlich schon anders aus. Das sieht nicht gut aus. Wir haben gleich viel Leben. Man kann ihn zum Glück ein bisschen einfrieren. Wenn man auf ihn schlägt. Das ist seine große Schwäche. Das war zu viel Entspannung für ihn. Und zu halten. Herrlich. Das ist immer gut bei Entspannung, wenn man einen kurzen Moment wieder wach wird. Um dann in vollen Zügen sich neu entspannen zu können. Das verhindert, dass man einschläft. Und Schlaf ist der Entspannung nicht unbedingt förderlich. Auch wenn das komisch klingt, ne? Meine Lieblingsgegner. Affen. Man kann sie aber einfach aus dem Screen nehmen. Wie wir eben gerade sahen. Und hier war noch mehr gute Musik. Und natürlich ein Fleisch, wollte ich sagen. Ein Fleischstück. Ein Hähnchenschenkel. Hähnchenbrust. Püriert. Lecker. Den nehmen wir mal aus dem Screen kurz. Den Rabe Rudi. Oder die Krähe Nimmermehr. Von Gundel Gaukelei. Den nehmen wir so aus dem Leben. Der wird nie wieder Knochen werfen können. Ich glaube, das war jetzt schon der Bereich mit dem Frankenstein-Monster am Ende. Das heißt, wir könnten gleich meinen ersten Tod erleben. Ich glaube, da ist besser, wenn man einfach drüber springt. Die kommen ja genau so, dass man das machen muss. Das ging ja gerade noch mal gut. Man könnte fast meinen, ich hätte geübt. Gestern. Nein. Ist das gut? Glaube nicht. Jetzt seht ihr dafür mal meine neue Taktik? Die ich aber glaube ich schon mal angewendet habe früher. Tschüss. Nein, der muss erst losfliegen. Dann kann man ihn rausnehmen. Genau dann ist der nämlich plötzlich weg. Kurz mal in Sicherheit bringen. Ganz schön knapp an der Kante. Wow. Das war ein bisschen Glück. Gepaart mit unermesslichem Skill. Noch läuft es gut. Genießt es. Wie ich so gut durchkomme. Denn das wird sich gleich ändern. Es ist nur noch eine Frage von Zentimetern. die unser Hauptheld hier läuft. Ich glaube er heißt Simon oder so. Das wird einem im Spiel glaube ich gar nicht gesagt. Höchstens bei den Credits vielleicht. Einmal rüberspringen. Dreimal schlagen. Einmal rüberspringen. Dreimal schlagen. Manchmal spucken die auch ein bisschen schneller Feuer. Da muss man da besondere Vorsicht walten lassen. Und ich bin unbesiegbar. Und da bin ich auch schon wieder nicht mehr. Das ist eine ganz dumme Stelle. Wegen den Medusas hier. Und jetzt werden die nicht einfach weil ich so viel... Da war aber irgendwo noch... Irgendwo war da noch was. Genau das. Jetzt ist alles wieder möglich. Nein. Ich werde unglücklich getroffen. Normalerweise könnte das besser laufen. Eine ganz knappe Angelegenheit. Ich habe nur noch einen einzigen Lebensbalken. Aber der Lebenswille hat obsiegt. Und zu halten... Müsst ihr gar nicht, denn ich hatte nur ein Herz. Jetzt habe ich wieder fünf. Dann kommt jetzt aber das Frankenstein-Monster. Wahrscheinlich. Meine Lieblingsstelle. Die werde ich garantiert nicht beim ersten Versuch schaffen. Aber das kündige ich ja schon die ganze Zeit an. Und immer noch bin ich ungeschlagen. Immer noch. Mein erster Niedergang in die Tiefen des Wassers. Ich wollte ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen. Denn wir haben hier eine trockene Hitze durch die ganzen Heizungsausstöße. Diesmal nicht. Man sollte hier sich nicht zu lange aufhalten. Da ist gerade eine Krete rausgeschossen, glaube ich. Ich weiß noch in etwa, was hier für Items liegen. Deswegen muss ich nicht alle Kronleuchter, alle Fackeln anschießen. Zerstören. Nur die, die wirklich relevant ist. So herbergen. Und jetzt kommen wieder die Affen. Das ist eigentlich keine so leichte Angelegenheit. Aber ich komme da meistens relativ souverän durch. Was man einfach mit meiner inzwischen doch recht großen Erfahrung erklären könnte. Denn ich bin hier schon sehr oft lang gelaufen. Man muss im Endeffekt einfach nur immer einen Schritt schneller sein als der Gegner. Genau wie hier. Jetzt kommt eine sehr unschöne Stelle vorm Boss. Das Schwert hier wollten wir jetzt gerade nicht. Erst wenn wir gleich sterben, dann ist das unsere einzige Waffe, die wir hier bekommen. Das war gut. Das war ungewohnt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mir das aufheben können, vielleicht. Daran habe ich noch nie gedacht. Wenn ich hier ohne Schaden rumkomme, hebe ich mir einfach den Hähnchenschenkel auf. Herzchen kriegt man hier genug. Am besten kommt er gar nicht erst zum Schießen, dann ist das am besten. Aber leider schafft er das wieder. Zweimal ist gar nicht gut. Habe ich jetzt leider schon viel verloren. Gestern. Gestern habe ich es mit dem Schwert geschafft. Mal gucken, wie ich es heute schaffe. Der macht ordentlich Schaden, der Weihwassertank. Wow. So schnell habe ich den noch nie geschafft. Weihwasser ist so shit. Ich trinke jetzt jeden Morgen ein Glas Weihwasser. Und das sind gerade mal 19 Minuten. Herrlich. Jetzt kommen wir ja schon. Ich bin eine Stunde schneller als gestern. Nicht schlecht. An dieser tolle Stelle. Ich probiere es ein bisschen. Aber da könnt ihr endlich mal von ausgehen, dass ich da eine ganze Weile hängen werde. Das werde ich nicht so schnell schaffen. Ich bin jetzt schon ziemlich angeschlagen. Zur Hälfte tot. Aber es wird später noch ein Fleisch kommen. Mindestens eins. Das machen wir am besten ganz schnell, bevor wir getroffen werden. Einmal ein bisschen was hinwerfen. Und dann weggehen. Am besten behalte ich das Weihwasser. Gerade für den Boss, der dann kommt. Die gehen gar nicht tot, die Skelette hier. Richtig unfair. Richtig unfair. Und hier gibt es auch schon was Leckeres. Mir fehlt noch ein bisschen zur vollständigen Heilung. Mal sehen, ob wir die noch erreichen. Wäre nicht unwichtig für den Boss. Ja, der Affe ist natürlich sehr unpraktisch an der Stelle. Hier ist die Steuerung immer ein wichtiges Thema. Aber zwei Weihwasserwürfe erledigen die Story. Das war sehr unpraktisch. Ich muss schneller zurückgehen, damit der auch reinläuft. Einmal noch. Dann gehen meine Herzchen auch bald zur Neige. Denn wir sehen, ganze 5 Herzchen braucht sowas. Das war knapp. Ich bin aber auch sehr schlecht. Das muss man mal so gesagt haben. Weil er immer wieder die Treppen hochlaufen will. Immer wieder. Perfekte Musik zum Entspannen, oder? Krieg ich leider nicht mehr, war mir klar. Axt will ich nicht. Axt ist böse. Axt bringt nur Tod. Und den Tod will ich ja jetzt besiegen. Deswegen lassen wir die Axt bloß sein. Und nehmen das Herzchen mit. Doppel Herz. Boom, boom. So. Ich wäre sehr überrascht, wenn ich gleich beim ersten Mal den Boss besiegen würde. Was mich nicht davon abhält, ist zu erwähnen, dass es ja passieren könnte. Ahem. Träumen darf man ja noch. Ist er da noch rein? Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr und schwer. Gib ihm mehr. Dankeschön. Dann flüchten wir in die Höhen. Noch mehr Geld für den armen Grabräuber. Das Pendant zu Tomb Raider Lara Croft. Kann das sein? Ist das davon inspiriert? Wer weiß. Das hätte ich auch ohne Weihwasser machen können. Aber einmal damit angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Immer diese Drogen. Nehmt niemals Drogen. Auch Kaffee ist eine Droge. Einmal springen, nochmal springen. Ich brauche kein Weihwasser für den. Den schaffe ich so. Du musst einfach eine Strategie entwickeln. Dann kann alles so viel leichter sein. Das war dieser doppelte Schuss. Stirbst du endlich mal? Damit wir heute entspannen können. Entspannen beim Töten. Töten ist schon ziemlich entspannend. Solltet ihr auch mal probieren. So. Vorsicht. Kriege ich den da unten. Immer sachte. Denn in Deckung. Damit das Skelett nicht nervt. Das kann mir auch meinen Schäl anstumpen. Warum können die sich nicht gegenseitig vernichten? Der schießt doch ganz klar auf das Skelett. Und der hat auch unendlich Munition. Er braucht keine Herzchen wie ich. Und da ist er weg. Dann können wir jetzt uns das andere Fleisch noch holen. Da freue ich mich ja schon drauf. Wo habe ich denn so viel Schaden genommen? Eine gute Frage. Die beste Stelle. Wieso ist er so schnell gestorben? Verstehe ich nicht. Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe wieder. Das Weinwasser ist stärker geworden. Wegen dem Teil oben rechts, dem roten glaube ich. Ich habe so viele Herzchen. Wow, ich würde so gerne speichern. Aber ich schaffe das so. Ich schaffe das so. Komm, ich bin fast geheilt. Stirb doch. Das gibt es doch nicht. Nur zur Hälfte. Nur zur Hälfte. Ich glaube es nicht. Glaubt ihr es? Das ist unglaublich. Aber es wäre ja auch langweilig. Wenn man das schaffen würde. Wenn man hier Schaden nimmt, dann macht das gar nichts. Weil man ja gleich wieder geheilt wird. Leider habe ich jetzt kein Weihwasser mehr. Kreuz will ich eigentlich auch nicht. Gibt es hier nicht noch ein Schwert? Ich glaube, das bringt mir aber auch nicht. Das ist ja nichts wert. Jetzt habe ich gar kein extra Item. Ich glaube, das war eine schlechte Entscheidung. Das werden wir dann gleich sehen. Ich habe hier noch drei Leben. Und das Nullte. Ja, das schaffe ich jetzt nicht, glaube ich. Ich bin jetzt schon tot, bevor ich den erreiche. Ja, wegen der Axt. Weil er hat ein Beil. Ja, ist schon besser so. Besser schnell beenden. Als viel Zeit zu verschwenden. Das ist zu kurz die Peitsche. Ich bin halt kein SM-Experte. Ich kann das nicht so abschätzen, wann die Länge ausreicht. Jetzt ist es aber auch mal gut. Die Peitsche ist etwas schwischlich. Deswegen bewegen wir uns nur noch gemäschlich. Das war ein sehr schlechter Reim. Aber das muss auch mal sein. Hinauf. In die oberen Sphären. Dort können die sich nicht wehren. Sollte man meinen und hoffen. Ja, machen wir es auch mal im Kreuz. Aber auch nur, weil ich aus Versehen nach oben gedrückt habe. Eigentlich mit voller Absicht, weil ich hochlaufen wollte. Aber wenn man dabei schlägt, dann nimmt der den Bumerang, das Kreuz, was auch immer es darstellen soll. Die Funktion ist ja eigentlich die eines Bumerangs. Es fliegt und siegt. Autsch. Scheiße. Und kommt wieder zurück. Ja, das kann nichts werden. Und der hält zu viel aus. Was lernen wir daraus? Wir brauchen Weihwasser. Und nur Weihwasser. Und Geduld. Immer ganz viel Geduld. Einmal können wir uns ruhig treffen lassen. Zweimal ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gewesen. Wir werden sehen. Und ich möchte den unbedingt irgendwann schaffen. Rein theoretisch müsste ich ja irgendwann besser werden. Würde ich jetzt mal vermuten. Da könnte man eine Studie zu erstellen. Meine Videos als Referenz. und die Musik als Hintergrund gedudeln. Das wäre die perfekte Doktorarbeit. Leider bin ich nicht voll geheilt. Das wird nicht gut sehen. Ne. Ach, wieso bin ich denn schon wieder getroffen worden? Ja, das ist die perfekte Entspannung. Wenn man sich super aufregt, dann freut sich jeder. Ich gebe gleich auf, ich werde hier keine Heilung mehr bekommen. Am besten sterbe jetzt direkt komplett. Da muss ich ein bisschen länger nochmal herlaufen. Weil ich dann weiter ein starte. Schwache Peitsche, schwache Peitsche. Und die wird nicht mal verbessert. Dankeschön. Doppelt. Bringt das irgendwas, wenn es doppelt ist? Dann ist es noch stärker. Der letzte Versuch mit dem Kreuz hoffentlich. Mit dem Boomerang. Trifft der mich da? Der trifft mich gar nicht. Gut zu wissen für die Zukunft. Natürlich steht er genau in dem Moment auf, in dem wir die Augen geschlossen haben. Und das wird jetzt nicht reichen. Mal wieder. Immer wieder werde ich getroffen. Es ist ja auch total scheiße, dass hier die Medusa-Köpfe dabei sind. Wie soll man das denn dann gescheit machen? Jetzt habe ich ein doppeltes Kreuz, glaube ich. Weil ich jetzt doppelt tot bin. Jetzt bin ich wieder hier. Das macht gar nichts. Wir brauchen nur Weihwasser. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Wo wir jetzt auch hingehen. Da ist es auch schon. Das war leider daneben. Das war jetzt auch nicht gerade trefflich. Deswegen gehen wir einfach hin. Werden natürlich getroffen. Ich bin zutiefst betroffen. Ob dieser Musik. Ja, alles wunderbar. Das klappt immer noch. So wie es soll. Und wenn ich das Spiel irgendwann geschafft habe, kommt wahrscheinlich noch Castlevania 4. Aber ich glaube, das reicht halt auch von diesem Franchise für mich. Der vierte Teil, wenn der super gut wird, könnte sich meine Meinung unter Umständen aber noch ändern. An sich ist dieses Spiel hier ja auch gut. Nicht zuletzt wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad. Ich mag hohe Schwierigkeitsgräder. Für gewöhnlich. Weil es das heute auch so selten gibt. Gefühlt. Ich stelle mich gerade an wie ein totes Skelett. Herzen habe ich genug. Und dann sind wir gleich wieder an Ort und Stelle. Ach, jetzt kommt der blöde Affe wieder. Spring doch über. Er wollte nicht springen. Der Grund ist mir unbekannt. Ja, ich habe auf die andere Axt gewartet, Menno. Das läuft jetzt so suboptimal, dass ich behaupten möchte, ich habe es schon verhauen. Und das ist eben meine Lieblingsstelle hier. Weil immer wieder die Treppe hochläuft. Dankeschön, das geht doch. Das war jetzt 5 Herzchen rausgeworfen. Du schon wieder, du schon wieder. Kein Beil für mich. Ich heiße Keil und deswegen will ich kein Beil. Aber ein Herz. Sehen wir uns nicht alle nur nach Liebe. Liebe und Tod. Tod dem Tod. Wir wollen unsterblich sein. Eigentlich hält er sein Schild ja schützend vor sich. Anscheinend ist das auch sehr schwachem Material. Er sollte noch ein paar Käfer fangen. Und kann dann sein Schild verbessern lassen. Könnte funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Gell. Wir gehen direkt weiter. Heiter weiter. Ups, der ist schon wieder tot. Problem ist, ich kriege nur noch ein Fleisch. Und das heilt mich nicht vollständig. Das ist bedauerlich. Ansonsten bin ich hier ziemlich gut hingekommen. Leider müsste ich es jetzt auf Anhieb schaffen. Ich sterbe wahrscheinlich schon hier. Meine ersten Versuche muss ich jetzt auch nicht erzählen, denn ich bin tot. Das will ich gar nicht erst probieren. Da bin ich ganz ehrlich. Ohne Weihwasser kann man das vergessen. Wir machen gleich Nägel mit Köpfen. Denn Nägel ohne Köpfe sind ein bisschen unpraktisch. Habt ihr das mal versucht? Nagel reinzuhauen ohne Kopf? Das könnte ein bisschen sinnentleert sein. Ja, wir warten ein bisschen. Meine linke Hand ist schon eingeschlafen. Sie hat sich zu sehr entspannt. So möge sie aufwachen. Linke Hand. Begeben sie sich zur Rezeption und checken sie ein. Und immer wieder treffen mich die Affen hier am Anfang. Und er war nicht. Spring, 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 spring. Er springt erst, wenn er mich getroffen hat. Ich glaub's nicht. Springende Affen. Wer hat sich das ausgedacht? Du nicht nochmal. Was ist passiert? Ich habe nicht stark gedrückt. Trotzdem wollte mich das Spiel kurz schützen. Für eine Sekunde vor dem Tod. An dieser Stelle macht es aber noch gar nichts zu sterben. Denn am Ende habe ich sowieso nur einen Versuch. Ich bin unsichtbar. Ich meine natürlich unverwundbar. Ist aber im Prinzip dasselbe. Das gleiche eher. Nicht dasselbe. Musik. Musik. So, die Stellen kennen wir schon. Man sieht, ich hätte hier die ganze Zeit schon ein bisschen mehr Zeug mitnehmen können. Aber an sich gibt es genug Herzchen. Da ist selten Mangel. Man sollte nur nicht versehentlich eine schlechte Seite mitnehmen. Zum Beispiel das Schwerter. Schwerter. Sowieso komisch, dass es hier nur Schwerter ohne Scheide gibt. Nein. Sei doch ganz fein. Ich möchte einmal vollgeheilt zum Boss kommen. Mit einem Weihwassertank. Oder einem Flammenwerfer. Wäre auch nicht schlecht. Warum habe ich das nicht vorhin so gemacht? Völlig unterschätzt, was das Weihwasser kann. Es kann auch mehrere Gegner gleichzeitig töten. Und auch die Äxte, die sie werfen. Die Axt, die mich traf. Zack. Ich möchte gerne das noch haben. Daran kann ich mich nun laben. Das wird auch nicht so schlecht sein. Ich frage mich, ob das unendlich lange hält. Jetzt konzentriert weiterspielen. Während ihr euch hoffentlich entspannt. Ich weiß nicht, ob man sich entspannen kann, wenn es gerade so spannend ist. Oder ob man schon eingeschlummert wurde. Diesmal stirbt er erst beim zweiten. Sehr schön. Noch ein Herz. Ich hatte ja noch nie Herz in dem dreistelligen Bereich. Normalerweise habe ich nämlich nur ein einziges. Aber hier gibt es gleich fünf auf einmal. Das Spiel ist komplett mit Liebe überfüllt. Eine Bumerang-Axt. Wow, das war Glück. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber jetzt ist es wichtig, einmal gut durchzukommen. Und dann ordentlich den Boss einzuhetzen. Gerade bei diesem Gegner hier am Anfang sollte man keinen Mist bauen, denn der ist echt nicht schwer. So. Noch einmal. Ein Dreierschuss. Und dann ist er auch schon tot. Da sehe ich sonst rot. So. Den kann man hier treffen. Das haben wir gesehen. Das ist alles gut kalkuliert. Geld lasse ich einfach mal liegen für den nächsten. Der braucht es mehr als ich. Und dann können wir uns hier wieder aufheilen. Also, hier ist es perfekt. Ich würde gerne speichern. Aber... Ich unterlasse es. Ich möchte es so schaffen. Zum Glück ist er gleich gestorben. Nein! Ich habe Schaden genommen. Ich habe Schaden genommen. Ich möchte keinen Schaden nehmen. Schaden ist sehr unangenehm. Diese Medusa-Köpfe. auch hier. Ich habe Schaden genommen. Sehr schön. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Das will ich nicht. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Vorsicht! Wir sind beim Boss. Leider sind wir etwas beschädigt. Etwas verletzt. Deswegen kann da sonst was passieren. Natürlich werde ich direkt getroffen. ich werde jetzt alles zu spammen ich muss nur zweimal getroffen werden und bin schon tot eine Truck gehört hier gut ich werde dann mal irgendwie weiter trainieren aber für heute war es das erstmal weil es doch sehr lange dauert bis ich wieder hier bin mit dem Weihwasser dann mache ich eventuell hier einen Safe State wenn ich das Weihwasser habe bis ich das dann mal geschafft habe beim Boss und wenn ich das dann habe dann schaffe ich es auch beim erneuten Versuch ohne Safe State man muss sich langsam an sein Können ranhangeln immer besser werden und solche Taktiken hier auch beim Boss ausarbeiten leider ist der ein bisschen unkontrollierbarer ach ich stehe doch noch in ihm drin warum gibt es hier keinen Teleporter der mich jetzt ins letzte Level schickt das wäre ja langweilig ich kann gar nicht nach unten drücken warum auch immer dennoch ist es jetzt zu Ende aufwachen weiterarbeiten erinnere dich daran was du vergessen hast was du vor diesem Video eigentlich tun wolltest na was war's bis zum nächsten Mal ist das und mit dem bei dir wie da ist dass das das ist eigentlich das